was geht leute wir haben die danktober challenges im stream gerade abgeschlossen es gibt für den abschluss dieser ganzen agendas einen 92 plus hidden gem overall 1 92 plus overall hidden gem und letzte woche gab es das ganze schon zu ehren von derrick rose und seiner beendeten karriere ihr habt noch bis montag zeit also ich würde es lieber sonntag erledigt haben deswegen heute und morgen noch zeit für diese challenges ihr müsst mit einem point guard zehn dankes machen mit einem shooting grad müsst ihr zehn dankes machen mit dem small fort mit einem power fort und mit einem center vieles davon kann man kombinieren weil ein small fort oft auch shooting guard ist oder auch power fort ist und center oder power fort ist auch oft auf der anderen position tätig also da könnt ihr gucken wenn ihr clever seid müsst ihr nicht fünfmal sondern vielleicht nur dreimal ran außerdem noch mit einem dukes of dunk spieler 50 punkte assist oder rebounds und dann an tober stats mit einem an tober spieler 50 punkte assist rebounds machen 1 von 1 von allem oder alle kombiniert und dann rack up stats muss 500 punkte assist rebounds über mehrere spiele machen sehr easy challenges es dauert halt ein bisschen was hat bei mir am längsten gedauert ich glaube dank tober stats ich musste mit einem dank tober spieler erst mal muss mir erstmal ein dank tober spieler erspielen über die dank tober challenges dann muss man immer drei abschließen dann bekommt man einen deluxe pack und sobald du einmal ein deluxe pack geöffnet hast hast du einen dank tober spieler also denkt daran hier eventuell zuerst rein zu gucken bevor ihr dann hier unten in dank tober in my team reingeht an sich von 2k win für die community free content ist immer geil ich habe allerdings bisher viele polls jetzt auch im stream chat gelesen wo es hieß ja der spieler ist für die position eigentlich zu klein oder aber der hat netz und geilen dreier die meisten haben sich eher darüber beschwert dass der spieler zu klein ist und das habe ich ehrlich gesagt auch wirklich in befürchtung dass der spieler einfach anders heißt ist oder dass der spieler einen ganz ganz schlechten dreierwert hat wie zum beispiel wenn center oder ein power ford irgendwie ein und dreißiger dreier hat wir hatten jetzt im chat jemanden der geschrieben hat in nicolas klaxon bekommen ok shit kann nicht werfen glücklicherweise hat der kollege ein sehr gutes team aber das soll jetzt nicht thema sein ich werde jetzt das 92 plus hidden gems pack öffnen und dann gucken wir uns mal an wer da drin ist und wie der ganze spieler sich im freestyle anfühlt was er für werte und plaketten hat ich persönlich mein wunsch nummer eins wäre mo bamba für den center der auch werfen kann paulo banquero ist geil keine ahnung wir lassen uns überraschen wir öffnen das pack und bekommen erstmal einen diamond shake da ist er und grundlegend 92 plus das heißt es mindestens 92 diamant spieler können aber auch 93 oder 94 sein es wäre so gut wenn wir einen 94 bekommen würden weil da haben wir noch mal mehr hall of fame plaketten wir drehen um in 3 2 1 go der walkout ist nicht so geil wie die letzten jahre wir sehen jetzt gleich einen stat den der spieler hat western conference 85 3 ja bitte nicht noch mal doniel marshall nein es ist doniel marshall den habe ich schon doppelter spieler doppelter spieler wir haben einen doppelten spieler was sind die chancen es gibt 5000 seiten mit diesen spielern und wir ziehen einen doppelten spieler und jetzt gehen wir mal ganz bewusst in den twitch chat rein und gucken was die jungs schreiben ach du scheiße duplicated player hallo youtube weizeninsel ehrenmann noch nie gesehen so was ich habe es gesagt halt die fresse schiebung korruption seltener als sechser es ist so crazy seltener seltener als ein sechser im lotto wir ziehen die gleiche karte wie letzte woche im derose pack und die ist nicht tauschbar das ist so wahnsinnig doniel marshall an sich eine sehr geile karte aber bringt mir halt wirklich gar nichts ich kann ihn für 1000 mts abstoßen ich kann ihn nicht meinen exchange packen ok hat die exchanges komplett deaktiviert es gibt nur noch kacke im exchange wir können den diamond player für den wir jetzt die ganze zeit gespielt haben jetzt für 1000 mt abstoßen das ist so crazy für alle die es interessiert doniel marshall es ist so traurig oder also ich bin wirklich ein bisschen sauer 94er offense 89er defense 2 meter 6 groß wir haben 85er dreier wie schon eben gesehen post mäßig ok im hohen 70er bereich korbleger ist 85 dank ist 75 ist mir ein bisschen wenig ball handling 79 für die position ok wir haben defense perimeter 82 in der zone haben wir 84 rebounding ist im 80er bereich schnelligkeit im 80er bereich stärke 84 ausdauer 90 so plaketten kann man jetzt gerade gar nicht so gut sagen weil ich schon welche dazugegeben habe ich habe ihm diese plaketten dazugegeben und werde die gerade nochmal upgraden wahrscheinlich aber das mache ich vielleicht später ja ich habe sowas noch nicht erlebt ich habe schon gehört dass leute beim login von den sets also zum beispiel wenn du jetzt in die sammlung gehst und du willst hier barbecue chicken einloggen ich habe schon gesehen auf twitter dass leute hier doppelte gezogen haben aber ich hätte niemals gedacht dass mich das trifft bei einer challenge das ist absolut krank schreibt mal gerne in die kommentare ob ihr sowas schon mal irgendwo anders gesehen habt teilt das video gerne keine ahnung ich werde das video dem 2k support schicken ich weiß es nicht aber das ist wirklich krank das darf das darf nicht sein dass sowas passiert das ist wirklich 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 wahnsinnig 2k support wird wahrscheinlich sich kaputt lachen die werden nichts machen können aber ja crazy 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 wie gesagt wenn du nur auf dem kanal seid lass gerne ein abo da liked trotzdem das video für support gründe und dann sehen wir uns beim nächsten video wieder bye bye